Sehr geehrte Damen und Herren, es geht mir jetzt um den Sound, um den Hintergrundsound in dem Laden, wo ich jetzt gelandet bin. Und zwar ist das angesagt Fitness und auch Selbstoptimierung. Hier trudeln ständig neue Leute ein. Der Laden ist sehr angesagt, hoch angesagt. Sie müssen sich nur umgucken. Ich habe jetzt ein experimentelles Rundumschlag gemacht. Einen experimentellen Rundumschlag. Einen Rundumschlag. Erstmal den Schlaf wegwischen. Und eine leichte Haaroptimierung. Das ist ein sehr entspannter Ort. Die Leute sind eigentlich nur auf Sportreiden fixiert. Und auf sonst eigentlich gar nichts. Was an dem Raum oder diesem Fitly-Studio zu hand ist, ist eigentlich... der Hintergrundsound und der Vordergrundsound. Dageant. Und dann war's. Dageant. Vielen Dank.